Mein Manager sagte mal, Kahn, du musst aufhören mit dem Kanakenslang, du musst werden wie ein Deutscher, wenn du erfolgreich werden willst. Dann musst du aufhören, dich zu verhalten wie ein Ausländer und werd mal ein bisschen Deutscher. Yeah! So viele Leute! Und noch einer! Ist so, Bruder, das geht bei mir nicht, tut mir leid. Ich kann nicht. Okay. So. Hast du Dauerwelle reingemacht? Nein, Bruder, das nennt man doppelte Shampoo-Core. Nein, okay. So, wir fangen an mit... Mit wem fangen wir an? Oh, ich weiß es nicht, Alter. Mach bitte Mert. Komm, jeder will Mert. Dann fangen wir mit den Türken an, Digga. So. Okay, Chat, wir fangen an mit Mert und Z. Kampfansage, ja. Ihr neuestes Album. Also, die haben eine Ansage gemacht, ja, neues Album kommt. Das ist das erste Lied dazu. Mert war sehr, sehr lange inaktiv. Und let's go, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob die uns hier ein Brett liefern werden. Also, hoffe ich mal, ne? Wieso ich die ganze Zeit grinse? Ja, Secret wegen euch. Ich freue mich doch immer wieder hier zu sein. Wegen dir, Isabel, Ebro, Lilian. Jetzt muss ich wieder tausend Leute aufzählen, weil wenn ich einen vergesse, kriege ich wieder Anschluss von euch. Hey, Mert, bra. Was ist mit der Szene los? Ein Tag hat doch die Bitches ihre Szene los. Ab jetzt wird es... Hat er nett, dein Gummiband auf seinen Haaren? Hat er lange Haare bekommen? Fick ich eure Kampfansagen. Ich fick eure Rapper krumm. Lasst dich schlanten Tanga tragen. Atme ein. Atme aus. Jaro rein. Jaro raus. Komm mit dicke Sack ins Game, so wie Santa Claus. Ficke deine Abla tot, bin der Mann im Haus. Jetzt kommt der Beatrop. Ey, wir müssen eine Sekunde zurückspulen. Tut mir leid, Chat, ich muss ab und zu pausieren. Ich bin auf den Beatrop gespannt. Okay. Ich bin der Mann im Haus. Mach dir TikTok, ihr Huren seid raus. Hey, mit deiner Mama fremd, check mein U-Post. Jeder Japp, ein Treffer. Zad weiß besser. Wir kehren Huren, so ein, der sagt, Mert ist kein Rapper. Mert ist kein Rapper. Okay, okay. Okay, jetzt verstehen wir auch, warum es Kampfansage heißt. Jeden Hurensohn, denn wir suchen nach Bella. Ella, ey, ey. Drive by aus TD. Komm wie Gattuso und ich will dein Bellet. Hat der gerade Bella gesagt, aber ich bin ein bisschen an den Whale-Sale erinnert. Bella Boys. Ich geh den Karle weg und ich presse das auf TD. Bruder, Bruder, ich sag dir bis jetzt wunderschön. Er hat mich einfach vergessen. Ich sag's mal, wenn ich das ein Name vergesse, dann werde ich den Anschluss bekommen. Belsa natürlich auch, nicht zu vergessen. Aber ich glaube, du hast noch eine Mutter vergessen, ja? Warte, ich guck mal kurz auf meine Achushar-Motor-Liste auf dem Platz einstehen. Hallo und Jamaika, doch wir gehen in den Freitag rein. Hört auf mit dieser Kraftausdrücke. Mensch, Kenners. Was? Ich pisse in eure Teledin-Bächer? Er hat gerade 99,9% der Rapper angegriffen einfach. Deutschland, ich mach eure Hampe-Männer kalt. Diese Szene ist nur Hure und brauch Schwanz in den Hals. Keine Challenge, aber ich geb TikToker, Backpfeifen. Eine Frage sagt, wer macht ein Hip-Hop-Anzeige? Ich komm in... Ha, ha, selber macht ein Hip-Hop-Anzeige. Ich muss sagen, bis jetzt, ne? Wir haben gerade mal die Hälfte, nicht malz. Warte, ich muss sagen, das gefällt mir. Diese Schiene vom Merd, Digga, diese aggressive, ekelhafte Schiene, sag ich mal so. Diese Piskopat-Schiene, die gefällt mir, Digga. Die hat da gut drauf. Den muss man auch verstehen, der ist zweideutig, ne? Mit Stehen und Sitzen, ja. Aber ich will das jetzt nicht wieder, äh, erläutern. Wenn der Bulle fragt, ich hab gar nichts gemacht. Kriegst du Arsch, fick'n Knast, haußer Mann, Siki Jackson. Fick' ich eure YouTuber und alle eure Reactions. Wenn die Ute sich wieder... Das war jetzt wieder... Das war jetzt wieder... Fick' ich eure YouTuber und eure Reactions. Ja, aber er ist ja selber YouTuber gewesen, immer noch. Er hat sich ja im Endeffekt gerade selber gefickt. So, wie er jetzt so wird. Oder was sagt ihr, Chad? Boah, ich muss aber sagen, der Beat knallt gut rein. Üftestbestatten, würd ich auch sagen, Isabel, auf jeden Fall. Doch keine Männer laden, ihr seid alle käuflich. Fick' ich eure Mütter, bis Farid auf mich stolz ist. Ja, das sind halt diese Lines so, die einen, äh, wieder zum, äh, unterhalten bringen, ne? Fick' ich eure Mütter, bis Farid auf mich stolz ist. Ja, das ist geil. Deswegen geht er so krass auf, äh, 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 auf, äh, Leute, die Reactions machen, drauf. Ich denke nicht, dass er was gegen die hat, aber ich glaube, Tubo hat schon in der Szene sehr viele, nicht angegriffen, aber vielleicht schon seine harte Kritik dargelassen. Und deswegen sagt er ja, warum reimt sich auf Tubo, Huso, ne? Damit ist Tubo gemeint. Und was Huso bedeutet, wissen wir alle. Ist kein schönes Wort, aber, okay. Was? Wenn ich was bin, ist man ein Ar... Was? Wenn ich TikToker fick, bin ich ein Arkelly. Okay, ich glaube, Arkelly hatte da was mit einer TikTokerin. Das weiß ich nicht. Ich versteh die Leine nicht. Ich muss aber sagen, der Beat, der knallt wirklich derberein, Digga, derbe. Das dürft auf dem Lied mehr Mitte als Farid auf dem Album, ne? Glaubt mir, glaubt mir. Ich habe durch interne Kontakte schon das ein oder andere Lied auch hören können. Muss sagen, es ist wirklich asozial, wie auch das Album, also wie auch der Name lautet, ne? Also asozial Marokkaner. Und ich muss sagen, Farid ist wirklich in diesem Album, also ihr werdet sagen, ich hab noch nie in meinem Leben... Also nach diesem Album von Farid werdet ihr sagen, ich hab noch nie einen Rapper gesehen, der so viele Rappermütter gedissert, Digga. Beziehungsweise angegriffen hat. Das ist auf jeden Fall schon Next Level, was der da an diesem Album gemacht hat. Also das war noch dagegen okay, ne? Das war noch okay, Digga. Unser Album kommt, checkt Yoga Bonito. Geil, geil, das passt auch voll zu ihm so, dieses Yoga Bonito. Er macht ja so Lieder wie früher U21 und so weiter. Ich feiere das voll bei mir, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, warum der Stirnband geholt hat, Digga, dieses Schweißband. Meint, ich war zwei Wochen in Quarantäne, Haare gewachsen. Boah, Bruder, so lange, ich muss Stirnband holen. Aber ne, okay, geiles Lied. Ja, geil, geil, nice. Feiere ich's? Okay. Okay, Jet. Dann machen wir weiter. Was sind die nächsten Lieder? Isabel sagt, mach bitte für mich Jamul und Waste. Das ist ein fettes Lied. Was sagt ihr, Jet? Sollen wir damit anfangen? Ich hab U21-Müß gefeiert. Das fand ich schon wild. Das war echt krass. Wen wollt ihr haben? Wen wollt ihr haben? Ihr entscheidet, Jet. Ja, ich bin laut. Ja, ich bin laut. Ich bin laut. Vielen Dank.